Hallo und herzlich willkommen liebe Leute zu einer neuen Folge von Landwirtschaft Simulator 15 Feuerwehr. Ich bin hier gerade unterwegs mit dem B1000 KLF, keine Ahnung oder was das auch immer sein soll. Ähm, aber wie dem auch sei, ich habe kurz euch eine Mitteilung oder wie soll ich sagen, eine Neuigkeit zu sagen. Ähm, ich möchte, wie soll ich denn, also ich fange jetzt am besten an. Die Wache, also ich fahre einfach mal hin, also ihr wisst ja natürlich was ich meine, natürlich hier. Meine Wache, die Freiwillige Feuerwehr Hagenstedt, wird in Kürze umziehen. Aus Gründen, weil es zu wenig Stellplätze gibt. Also ich habe noch so viele Fahrzeuge, die ich verwenden kann oder könnte und kann sie nicht mehr unterbringen, weil hier dementsprechend zu wenig Platz ist. Und von daher ziehe ich nach Björnholm in eine andere Wache. Und ich hoffe, da wird es besser sein. Und da ist es wirklich besser. Also das werde ich dann vielleicht im nächsten oder darauf das Video machen, also ein Let's Play darüber, wie ich mit den ganzen Fahrzeugen umziehen werde und die Fahrzeuge dort platzieren werde. Ich werde da alles vorstellen und so weiter, was es da für Möglichkeiten gibt und sonstiges. Und dann werde ich einfach mal schauen, was ich da so für Einsätze bekomme und so weiter. Aber ich kann euch schon mal versprechen, diese Wache, also die nächste Wache, also jetzt die darauf folgende, also die Wache, die ihr seht, die danach kommt. So, jetzt brauche ich den Punkt. Die ist auf jeden Fall besser, als die ich jetzt hier besitze, weil die ist wirklich sehr, sehr small und klein. Denn dagegen ist die Feuerwache in Björnholm viel, viel größer. Aber wie gesagt, das Video erscheint demnächst und dann werde ich Einsätze in Björnholm fahren. Na gut, die Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Oder schreibt doch mal einfach eure Kommentare darunter, wie ihr das jetzt findet, dass ich jetzt umziehe und so weiter. Aber es muss wirklich sein, ich habe wirklich zu wenig Platz, wie man das sieht. Und ich habe wirklich noch sehr, sehr viele Fahrzeuge, die ich eigentlich verwenden möchte. Aber ich das halt nicht kann, weil ich möchte nicht einfach so draußen hinstellen, dass... Nein, das wäre so komisch, so unrealistisch. Genau. Na gut, Leute, habt einen schönen Tag, haute rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.